Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Above Snakes. So, wo sind wir denn hängen geblieben? Wir wollten ja hier, nein hier nicht, sondern hier, genau, das wollten wir machen. Dafür brauchen wir Lederstreifen, die können wir herstellen, das machen wir. Und dann brauchen wir noch ein Teil, auch das können wir herstellen. Und dann haben wir die, aber wir brauchen die da. Okay, dafür brauchen wir noch ein Seil und wir brauchen Baumharz. Okay, wo kriegen wir Baumharz her? Das ist eine interessante Frage. Mal ein Verblaubärchen mitnehmen. So, laufen wir mal da so rum. Da ist nochmal, oh, da ist nochmal ein Hase und schaut mal, oh, da ist er. Äh, hallo? Boah. Haben wir, zack. Da können wir uns dann auch direkt neue Weltstücke gönnen. So, einmal Geweih, einmal Fell, einmal Fleisch. Äh, gibt es hier neue Bäume? Oh, cool, mach mal. Was, es wird kalt. Fast, weder. Okay. Hier gibt es anderes Holz, können wir da, können wir da irgendwas anderes machen? Pack den mal weg. Zu schwach. Okay, diese... Diese Axt ist zu schwach, um diesen Baum zu fällen. Okay. Okay, wir schauen mal, dass wir nach Hause kommen. Wo ist unser Zuhause? Da ist unser Zuhause. Wird uns gesagt, es ist bald. Lass mal schlafen gehen. Schlafen. So. Aber wenn diese Axt zu schwach ist, dann brauchen wir eine andere Axt, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. So, gehen wir mal da hin. Zu für zwei. Hierher. Thunderpile. Feuerstein und Dienenwachs. Okay, da gibt es neue Ecke. Okay, cool, wir brauchen Dienenwachs. Also, los geht's. Auf geht's. Wo sind Dienen? Da sind die Bienen. Ja, ja. Tu uns weh. Da sehe ich doch nochmal. 1D. Erwischt. Und ausnehmen. Nimm es aus. Und ich schätze, wir werden direkt mehr von dem Zeug brauchen. Oh, wir haben Hunger. Wir hauen uns mal hier so einen rein, ne? Und dann gucken wir mal, haben wir hier nicht noch? Ah, hier, schau mal. Was? Epp. Nein. Nimm das. Ja. Die tun ganz schön weh, die Jungs. So, haben wir. Aber ich schätze, wir brauchen noch mehr. Gehen mal da hinten hin, auch wenn das so eine Ecke ist, die ich so gar nicht mag. Haben wir, haben wir, haben wir auch. Rennen mal. Da sind die nächsten. Schauen wir auch rein. Okay, da haben wir ganz ordentlich jetzt. Kienwacken und dergleichen. Oh, schau mal, da steht schon wieder so ein. Da steht schon wieder so ein Rad rum. Das nehmen wir doch auch mal mit. Na, jetzt gehen wir dahinter. Ach nee, brauchen wir ja gar nicht, oder? Können wir ja. Hier ist ja Handarbeit. So, sowas brauchen wir. Machen wir. Ha, dann können wir das auch gleich machen. Okay, haben wir dann hier hin. Okay, es hilft nichts. Wir brauchen so eine Kiste. Wir schleifen einfach die Kiste mit uns rum. Ähm, Werkfangstufe 2 hier. Da ist so eine Kiste. Ah, komm, wir. Wir gönnen uns mal so eine Kiste, oder? Auf Bewahrungstruhe. Wo haben wir die jetzt? Rasenbau, hier ist sie. Wir weisen die mal zu. Und zwar der... Ach. Dann können wir die hier so... Hier so hinstellen. Machen wir mal. Zack, Kiste öffnen. Haha. So, Ausrüstung. Dann kann die hier weg. Die kann mal weg. Äh, er kann genau da bleiben, wo er ist. Okay, das passt ja einigermaßen. Zack. Und dann müssen wir hin. Hier. Primitive Akte. Nein. Ausrüstungstufe. Äh, wo sind wir denn? Hier. Da müssen wir hin. Ausrüstung. Hier. Ufte 1. So. Dann können wir neue Gebiete bauen. Wir bauen mal ein Kaltgebiet hier oben hin. Okay, da liegt jetzt schon ein Toder. Das ist ja ganz toll. Wir brauchen warme Pelzstiefel. Dafür brauchen wir Harz. Nachdem wir den Baum da oben nicht umklatschen können, schätzen wir mal, das ist der nächste Baum, oder? Kann das sein? Was heißt denn da Werkzeug zu schwach? Was brauchen wir denn da? Primitive Akte ausrüstungstufe 1. Was ist das ausrüstungstufe 2? Dann nehmen wir die hier. Hallo? Jetzt. Okay. Jetzt aber. Immer noch? Werkzeug immer noch zu schwach. So, ist Werkzeug noch zu schwach? Äh. Geil. Okay, mit der war Stufe 2. Mit dem ging das dann der Stufe 2. Den haben wir angelegt. Aber wir kriegen da trotzdem keinen. Ich hätte gehofft, wir kriegen vielleicht hier, wenn wir so die Birken durchsuchen. Die schauen ja doch relativ einzigartig aus. Rinde haben wir jetzt bekommen. Okay. Seltsam. Ich dachte, Birken würden da so hart sind, deswegen. Äh. Hier. Hier. Typische schwarz-weiße Rinde der Birke. Ressource. Mhm. Okay. Ja, ganz toll, ne? Und umhacken können wir die auch nicht. Werkzeug zu schwach. Glaube ich es aber. Nein, lass die doch raus. Jetzt gleich wieder. Vielleicht wieder fresh. Ja, dann werden wir wohl gucken müssen, ob wir das nicht irgendwie machen. Irgendwie anders hinkriegen. Vielleicht mal hier so eine Super durchsuchen müssen. Vielleicht, wenn wir die alten Bäume mit der neuen Akte umhauen. Vielleicht dann. Blonk. Nein, es gibt nur Holz. Okay. Das ist. Sehr unschön. Hm. Oh, ist wieder eine Kaffeepflanze? Ja. Ich will auch noch gucken, wie wir das irgendwie herstellen. Control. Warte, ich glaube da drüben war noch eine. Tja. Das sieht so aus. Ich nehme da noch eine mit. Ich glaube, dann haben wir mal drei. Vielleicht können wir die dann irgendwie rösten. Mal gucken. Okay. Anbaust. Ja, 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 ja. Alles gut. So, zack. Geh mal hier hin. Entzünde das. Muss ja alles rausgefunden werden, ne? Hier. Neues Rezept. Ja, okay, dann koch das mal. Haben wir es bekommen. Ah. Okay, das ist ungenießbar. Das glaube ich sofort. Auch neues Rezept. Wir kochen es mal. Ah, Kaffee. Jetzt ist schon alles besser. Ähm, ja, Hartz. Wo kriegen wir Hartz her? Das ist die, äh, große Frage. Hm. Äh, nein. Immer schwierig, weil sich die am Anfang nicht bewegen kann, die junge Dame. So, hier haben wir das, das. Dann kannst du da bleiben. Komisch. Komisch, komisch. So, Werkbank. Zinnnägel, genau. Die brauchten wir. Wir brauchten ja auch noch Zinnnägel. Mal gucken. Das Ding jetzt an. Einmal hier. Beruf. Dann. Melzen. So. Was haben wir denn jetzt da hier gerade? So, jetzt. Einmal. Zweimal. Dann hier hin. Und dann. Mal. Zweimal. Haben wir. Und jetzt sage mir, kann ich dich verbessern? Wir können. Und wir werden. So, sehr schön. Was können wir jetzt hier? Oh, wir können das Sägewerk bauen. Gleich mal. Und es gibt neue Tiles. Hm. Schick. Hier mit Bett. Guck mal. Stoff und Holzbretter und so. Und jetzt brauchen wir zum Verbessern brauchen wir dann Lehm. Okay. Ähm. Wir haben das. Wir nehmen mal den hier. Und dann benötigen wir erst mal das. Dann das. Und dann werden wir den hier platzieren. Ich würde sagen, wir platzieren den hier. Das sieht gut aus. Oh, da können wir jetzt Holzbalken und Holzbretter machen. Das ist. Das ist gut. Sehr schön. Hatten wir jetzt hier auch was? In der Handarbeit vielleicht? Nein. Ich verstehe nicht, warum wir da nichts tun können. Naja, anyway. Wir müssen. Hier hin. Ja stimmt. Dafür brauchen wir Baumharz. Aber wo kriegen wir Baumharz her? Schwierig. Schwierig, schwierig. Das wäre dafür hier irgendwie vielleicht. So. Kriegen auch nichts raus. Nee. Hm. Wir brauchen aber auch nicht weitergehen. Gehen, bevor wir nicht, ne. Bevor wir die warmen Stiefel nicht haben. Weil. Ja. Da kriegen wir Baumharz her. Gehen wir mal da hin. Aber das ist nur eine Kiefer. Na Kiefer kriegen wir ja auch nichts. Nein. Nur Federn. Auch nur Federn. Wie sieht es denn aus mit unseren Pfeilen? Ja, sechs Pfeile haben wir noch. Hm. Schwierig. Ich wüsste auch nicht, ob wir da jetzt mit jemandem handeln können. Hallo. Hallo. Das hat jetzt aber gedauert. Hm. Also wir haben die bessere Axt. Die haben wir auch rausgerufen. Ist das richtig? Richtig. Wir gucken noch mal. Ja, ja. Fickt und robust und überhaupt und hast du nicht gesehen. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir Fischbödel. Schwierig. Ey, tatsächlich. Wir haben das. Wir haben das gespacht. Was denn? Hm. Wenn wir jetzt da hingehen. Hier. Können wir Dünger machen. Okay, da geht schon mal nichts. Hm. Unglaublich dämlich. So, was bist du? Brauch nur ne Kiefer. Brauch nur ne Kiefer. Hm. Schwierig, schwierig. So, bergen gehen. Nicht vergessen. Okay. Auch dafür kriegen wir neue Weltstücke. Ganz toll. Äh, ich will den da. Danke. So. Auch nur ne Kiefer. Halbe Schugel. Hm. Seltsam. Seltsam, seltsam. Müssen wir mal gucken, wa? Ja, vielleicht mal zum Handelsposten runter. Vielleicht findet der was. Ja, darfst noch nicht, ne? Wenn wir da, wenn wir da auf Herstellen gehen. Hier Handarbeit. Wie viel brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir auch einen Baumharz. Hm. Wo kriegen wir Baumharz her? Können wir hier irgendwo ein Journal, wo wir nachgucken können, wie wir sowas kriegen? Ja, natürlich nicht, ne? Im Menü vielleicht? Nee. Das ist... Verstrecken. Aber wenn wir da hingehen, dann gibt's hier, halt, hier gibt's das. Hm. Wir könnten mal, wir könnten mal nochmal ein Ding sammeln. Wir sammeln nochmal Beeren, machen uns mal hier Tinte. Ja, ja, ist schon recht. Ist der dunkel? Dunkel ist nicht schön. Können... Können wir bitte? Können wir nicht mehr. Wieso nicht? Werkbankstufe 1, nicht in Reichweite. Jetzt. Ach, seltsam. So, dann sind wir hier. Dann gehen wir mal da rein. Dann drücken wir hier auf... C. Nein, wir drücken auf M. Da sind wir, genau. Dann Weltkarte editieren. Und dann werden wir den hier mal... Oh, jetzt ist der weg. Wie schade. Dann können wir hier hin. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, gehen wir einzigartig, moderat. Moderat ist gut. Hier Wald. Hab's tuft. Dann einzigartig, dann können wir das da mal deutlich weiter wegschieben. Genau. Das ist nämlich auch nicht schön. Dann können wir hier einmal verbrauch, Wasser, Bärchen, hervorragend. Und zack drauf. Hoffentlich haben wir da jetzt keinen Bug, weil es ein Update gab. Hoffentlich. Denn wenn wir für alles hart brauchen, dann ist das natürlich auch so ein Halt. Stopp, wir wollten ja da lang. Da wollten wir runter und handeln. Vielleicht hat der ja. Das wäre ja eine echte Geschichte. Da sind schon wieder ein paar, aber die stören uns nicht. Hier lang. Hier rum. Hier hin. Hier öffnen. Dann da. Handelsposten, Fragen stellen, Waren durchstöbern. Wow, der hat eine Fackel und einen Schlüssel und das Rezept für Kaffee, was wir nicht brauchen. Schlangenöl, Tonikum. Aha. Lass mal Steine verkaufen. Die kann der ja offensichtlich brauchen. Wir hätten für irgendwas haben wir, glaube ich, Glas gebraucht. Hm. Keine Ahnung. So, Pferd. Was können wir mit dir? Viren. Sattel das Pferd. Streicheln. Streicheln ist gut. Das ist ein gutes Pferd. Viren. Okay. Er wird. Dann zum Dorf. Oh, das ist cool. Schnellreise. Schnellreise läuft. Hilft uns nicht, ne? Ich meine, hier ist... Wieso können wir dich nicht weg? Weil Werkzeug nicht weg. Warum ist das Werkzeug nicht weg? Pfeil das nicht. Streicheln. Zwei Werkzeug. Ich dachte, irgendjemand hätte was von Birken erzählt. Alles Kiefer, 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 Kiefer. Das ist die einzige Ecke hier, wo es aussieht, als würde es. Haben wir da die Bären? Halbischugge, ne? So. Ja, ja, schon recht. Haben wir da alle Winterbären weggesammelt? Aber die werden uns ja wohl auch nicht helfen. Da haben wir Winterbären. Essen, wegschmeißen. Küsteln. Hohes Fleisch. Ich zeige das nicht. Was ist da? Was liegt da noch? Da liegen noch Pflanzenfasern. Ja, da liegen sie gut, ne? Aber wenn wir jetzt den Dorfältesten fragen, wie es ihm ergangen ist. Ja, wie es es dir ergangen ist. Frag ihn, wie es ihm ergangen ist. Mir geht's gut. Wie ist es dir ergangen? Danke, dass du fragst. Mir geht's gut. Und ich hoffe, das gilt auch für dich. Hast du schon andere Probleme? Jo, ich habe mit dir gesprochen. Das ist gut. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Yeah. So, verabschiede dich. Okay, das sind also die Optionen, die wir da haben. Hm. Ach, keine Munition mehr. Toll, dann müssen wir sowieso erst damit gehen. Verdammt. Wo bekommen wir? Wo bekommen wir das Zeug hier? Checken. Hm. Wir gehen mal da hin, dann kommen wir die mal weg. Ich sehe auch nochmal ein bisschen was, was wir haben. So. Ich habe letztens in der Aufnahme gesehen, dass du oben Grückenstirn. Da habe ich mir gedacht, ah, da gehst du jetzt hin. Und dann machst du das. Ja, denkst du. Ja, wir haben tatsächlich irgendeinen doofen Bug gefressen. Das wäre natürlich, das wäre natürlich Ultrakacke, ja. Aber wenn wir die Dinger natürlich nicht rauskriegen, da ist halt auch... gelinde gesagt schon doof. Ach, wir können nichts mehr mitnehmen. Unser Rucksack ist voll, okay. Ja, sehr schön. Hier lang, hier rum, hier durch. Kiste öffnen. Okay, wie... Äh, hier. Eins, zwei, das ist Sinn. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht dabei. Das ist ganz gut, wenn wir es dabei haben. Das brauchen wir nicht dabei. Äh, das brauchen wir nicht dabei. Den kannst du auch wieder rüber tun. So. Dann brauchen wir Federn. Denn Äste haben wir, wir benötigen Federn. Hier. Schieben wir uns mal so ein... ...und dies rein. Hier hin. Einmal 30, 45. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Oh, wo fliegen wir jetzt? Vielleicht können wir mit ihm reden. Vielleicht weiß er was. Halt, hab ich verfalscht. Hm. Ja, ja, ich hab das beim Handelskosten schon abgegeben. Okay, ich kann dich hervorragend beklauen. Wunderbar, das... ...macht es auch viel leichter. Wo... ...finden wir dieses Harz? Oder können wir da irgendwo was... ...was... ...mh... ...können wir da irgendwas bauen, dass wir das... ...ne Ahnung, ja, das ist Zinn-Erz. Das ist voll gut, ey. Da haben wir das, da haben wir das. Fernglas, na. Okay. Schon... ...ja, okay, nur 30 Pile stacken. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier irgendwo was, wo man sagen kann, okay, vielleicht gibt's da irgendwo was raus. Ne, Puppe, Geländer. Flaschenfackel, dafür haben wir das Glas, wollte wir das Glas haben. Bücherregal. Ohne Bücherregal, das ist ein Haus, kein richtiges Zuhause. Fundament platzieren. Hm. Ich habe tatsächlich absolut... ...keine Ahnung... ...wo wir dieses Harz herbekommen. Hier, hier, Entschuldigung. Okay, da kriegen wir das, neues Weltstück, Pflanzenfasern. Werkzeug, warum? Das ist doch schon die neue. Ei, ei, ei. Ich darf jetzt selber ihr. Das ist... ...geraniose. So, wir können hier eine Kiste öffnen. Und bekommen ein Buch. Ja, das ist ja. Ei, 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 ei. Okay, wir kriegen Metallschrott vom Fischen. Hoppala. Das ist... Das ist... ... ... ... ... Ah, nein. Okay, du sollst mit dem Team so reden. Waren durchstöbern? Okay, los. Okay, los. Fisch, Fischöl, Forelle, Schlüssel, Lederstiefel. Voll gut. Aber halt auch hier kein... Eiei, ei, 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 ei. Eiei, ei. Wo ist dieses Harz? Das ist... Ich hätte gedacht, vielleicht kriegt man es irgendwie da... ...da oben. Da kriegen wir es nicht. Ich will mich hier mal in das... ...Knebium rein... ...tiefeln. Aber ich schätze, auch da werden wir es nicht bekommen. Ja, renn, 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 Mädchen. Verdammt. Oh, wir sollten vielleicht mal was trinken. Ah, ständig vergisst er zu trinken. Ja, nochmal so ein Fisch rein. Das ist irgendwie sehr ungeil. Ich glaube auch nicht, dass es hilft, wenn wir da jetzt irgendwie Bäume umhauen. Da ist nochmal ein Baum. Ne, das hilft auch. Ja, dann werde ich wohl hier kurz Päuschen machen. Einmal speichern. Nochmal neu reingehen. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, ob vielleicht tatsächlich einfach nur ein Hänger da war. Oder ein Bug oder sonst irgendwas. Oder ob ich einfach zu unfähig bin. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Und ciao. Ciao.